Im strategischen Management wird die Stoßrichtung eines Unternehmens festgelegt. Grundsätzliche Optionen fasst die Produktmarktmatrix zusammen, die wir Ihnen nach dem Intro vorstellen. Das ist Max. Max hat neulich beim Einkaufen einen neuen Brotaufstrich seiner Lieblingsschokoladenmarke Schoki entdeckt. Das freut Max natürlich und er fragt sich gleichzeitig, welche strategische Entscheidungen die Marketingleiter von Schoki getroffen haben. Um die Entscheidung zu verstehen, stellen wir entsprechend der Produktmarktmatrix von Ansoff die Dimension der Produkte bzw. Leistungen der Dimension der Märkte gegenüber. Unterschieden wird in beiden Dimensionen zwischen gegenwärtig bestehenden und neu zu erschaffenden. So ergeben sich die vier Felder der Ansoffmatrix. Die Strategie, sich auf vorhandene Märkte zu konzentrieren und hier bereits etablierte Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, nennt man Marktdurchdringung. Unternehmen setzen hier darauf, ihr Angebot intensiver zu vermarkten. Diese Strategie ist im Vergleich zu den anderen wenig innovativ. Erschließt ein Unternehmen neue Märkte mit bereits existierenden Produkten, dann spricht man von einer Marktentwicklung. Neue Märkte können beispielsweise geografisch oder anhand von Zielgruppen bestimmt werden. Diese Strategie weist einen vergleichsweise mittleren Innovationsgrad auf. Beim Einführen neuer Produkte auf bestehenden Märkten handelt es sich um eine Produktentwicklung. Neue Produkte können dabei zusätzlich zum Ausgangsprodukt bestehen oder dieses ersetzen. Auch die Erweiterung des physischen Produktangebots um Dienstleistungen fällt hier runter. Der Innovationsgrad ist auch für diese Strategie im mittleren Bereich einzustufen. Werden neue Produkte auf neuen Märkten angeboten, so spricht man von der Diversifikation. Grundsätzlich wird hier zwischen horizontaler, vertikaler und lateraler Diversifikation unterschieden. Während es sich bei der horizontalen Diversifikation um die Einführung eines neuen Produkts auf gleicher Marktstufe mit sachlichem Bezug zum bisherigen Angebot handelt, also beispielsweise wenn ein Bierbauer beginnt, andere Getränke zu produzieren, bezeichnet die vertikale Diversifikation die Markteinführung eines Produkts auf einer vor- oder nachgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette. Zum Beispiel betreibt der Bierbauer nun eine eigene Bar. Auch hier bleibt ein sachlicher Bezug zum bisherigen Angebot bestehen. Bisherige Erkenntnisse können allerdings nicht einfach auf das neue Tätigkeitsfeld übertragen werden. Die laterale Diversifikation kennzeichnet hingegen den Vorstoß in völlig neue Produktmarktfelder ohne einen Bezug zum bisherigen Angebot. Da sich die Innovativität einer Diversifikation auf beide Dimensionen, also sowohl Produkt als auch Markt, bezieht, ist der Innovationsgrad dieser Strategie am höchsten. Kehren wir noch einmal zum Beispiel des Schokoladenanbieters Schoki zurück. Im Sinne der Marktdurchdringung würde Schoki das bestehende Produkt, also die Schokolade, auf dem bestehenden Markt anbieten und diese verstärkt bewerben. Eine Marktentwicklung wäre es, wenn Schoki die bereits im Produktprogramm vorhandene Schokolade beispielsweise nun auch im Benelux vertreiben würde. Produktentwicklungen würden neue Sorten, wie beispielsweise Erdbeer- oder Nussvariationen der Schokolade darstellen. Das Anbieten eines Brotaufstrichs gilt, da es sich um ein neues Produkt auf einem neuen Markt handelt, als Diversifikation. Max weiß nun, dass es sich bei der strategischen Entscheidung um eine horizontale Diversifikation handelt. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017